Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma ASG Remscheid. Mein Name ist Harun, hinter der Kamera ist der liebe Marlon. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Warum wir jetzt die Kamera hier rausgezückt haben und filmen wollten, kann ich euch ganz einfach erklären. Es geht heute wieder um Mercedes. Nicht ein Mercedes, sondern zwei Mercedes. Eine krasse Sache jetzt gerade am Start. Und zwar haben wir im März, und zwar genauer gesagt, am 31. März haben wir ein Fahrzeug gekauft. Ein A45 AMG Petronas Edition. So, bei dem Petronas Edition haben wir im Nachgang festgestellt, dass das Fahrzeug einen Getriebeschaden hat. So, jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ja, wir können hier sowas nicht vorher prüfen. Hey, manchmal kann man so etwas nicht auf Anhieb bei einer kleinen Probefahrt oder bei einer Besichtigung nicht prüfen. So, und da kommt natürlich der Sherlock Holmes, der Harry, Sherlock Harry, ja. Ich habe natürlich so, ja, ich habe ja die letzten Jahre nichts anderes gemacht als Autohandel, ne. Und ich habe sehr, sehr gute Menschenkenntnisse. Ich habe Folgendes gemacht. Das Auto in der Historie hat im Januar 2023 in die Inspektion bekommen. Und daraufhin hat der Getriebespülung bekommen. Und dann habe ich mir mal ganz, ja, ganz simpel mal den Serviceplan hier angeschaut. Und laut Serviceplan war dies nicht fällig. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich die Werkstatt anrufe. Also die Werkstatt, die im Januar die Inspektion gemacht hat, habe ich gesagt, hey Leute, guten Tag, Haroni hier. Ich bin der neue Besitzer von dem A45 1G Petronas. Ich brauche bitte einmal den Servicenachweis. Oh ja, das können wir per E-Mail zukommen lassen. Ende des Gesprächs habe ich nochmal gefragt, jetzt kommt der Harry. Hey du, eine kurze Frage. Wusstet ihr, was mit dem Getriebe ist? Sagt er, ja, nee, also das haben wir leider nicht einen Auftrag bekommen. Da war das Geräusch, aber der Kunde wollte nichts weiteres unternehmen. Da habe ich natürlich meine kleine Bestätigung bekommen. Also auch mein Misstrauen hat sich dann verstärkt und so bestätigt. Der liebe Kunde wusste das definitiv schon vorher. Also sprich, wir wurden arglässig getäuscht. Es wurde ein Getriebeschaden verschwiegen beim Verkauf eines Gebrauchtfahrzeuges. Ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde es nicht toll, aber dennoch bin ich professionell geblieben, habe den guten jungen Mann auch kontaktiert, habe gesagt, hey du, wir haben ein Problem. Ich habe auch Beweis dafür, dass du das mit dem Getriebe wusstest. Und ja, dann hieß es, es ist bei mir ein, zwei Mal aufgetreten, da wollte ich Getriebespülung. Nein, sowas muss eingeben werden. Punkt, Ende, aus. Daraufhin habe ich dann das Fahrzeug zu K.H. Tünen gebracht, zu Klaus Höller. Und Resultat oder Endresultat von der ganzen Geschichte ist, wir haben einen Kostenvoranschlag von 7.030 Euro bekommen. Getriebe muss definitiv ersetzt werden oder ausgetauscht werden bei Mercedes. Daraufhin auch wieder den Jungen kontaktiert, ihm den Kostenvoranschlag zukommen lassen. Und seit Ende April kämpfe ich mich. Wir haben heute den 23. Also immer noch keine wirkliche Rückmeldung. Keine wirkliche Rückmeldung mit einer Kostenübernahme. Weil ich möchte auch natürlich vermeiden, dass es jetzt so vor Gericht geht mit Anwälten und so, weil damit ist keinem geholfen. So, auf jeden Fall werde ich jetzt einen Brief verfassen, E-Mail verfassen mit einer Fristsetzung, dass er das Geld bitte überweisen soll. Meine Lieben, und es geht Mercedes-mäßig weiter. Ich fahre jetzt zu Mercedes. Let's go. Werde euch nicht mitnehmen, aber ich werde euch zeigen, warum wir zu Mercedes fahren. Denn nämlich, Marlon, komm gerne mit. Wir, also was ist das Problem? Also wir haben den schönen Mercedes verkauft. Welchen? Den SL-63 AMG. Krass. Hättest du es gedacht? Niemals. Oh, den kreidefarbenen. Classic Grau. Classic Grey. Classic Grey. Du bist noch hier, ne? Classic, Yvonne hält die Stellung. So. Ja, moin. Moinchen. Hallo, Simi. Alles klar? Ja, Simi. Simi ist so lieb. Ja, hallo. Oh. Simi ist ein ganz, ganz lieber. Ja. Einsteigen? Echt ein ganz, ganz lieber. Liebe Leute, schaut euch das mal hier an. Es ist wunderschön, oder? Ja, es ist schon geil. Liebe Leute, ich starte einfach mal das Auto. Ja. Komm mal her, Marlon. Ja. Es funktioniert, oder? Was? Es funktioniert. Ja, das sieht doch super aus. Tacho? Boah, der zieht auch, äh, ja, leider ein bisschen. So. Liebe Leute, der Autofreunde. Mhm. Liebe Leute. Liebe Freunde des gepflegten Autohandels. Jawohl. Wir haben hier ein SL. Ja. Und dieser SL bereitet uns seit Anfang an nur Probleme. Wie viele Kilometer hat der gelaufen? Kann ich gerade gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Tacho funktioniert gerade nicht. Wie lange haben wir den? Wir haben den anderthalb Monate. Wie oft war der jetzt schon bei Mercedes? Drei Mal jetzt. Perfekt. Das wird das vierte Mal jetzt. Erstmal wegen dem hier, dann Batterie und dann wegen noch was. Und jetzt Tacho. Das Auto hört einfach nicht auf, Probleme zu machen. Es ist, glaube ich, ein Montagsauto. Ich, ähm, drehe da auch langsam, langsam am Rad, weil, wie gesagt, der Kunde kam und dann sagte zu mir, hat der auch wirklich die 300 oder 400 Kilometer? Dann sage ich zu ihm, ja, wir gucken mal, ne? Am Ende ist gar nichts. Also, das Ding ist auf jeden Fall jetzt verkauft. Und ich fahre den mal jetzt zu Mercedes und frage mal, was die davon halten. Weil so macht es auf gar keinen Fall Spaß. Das 2023 Auto, das Auto macht seit Anfang an nur Probleme. Marlon, du wartest hier. Okay. Ich komme gleich wieder, ja? Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Leute. Bis gleich. Bis gleich. So, das ist der Liebe. Also, stopp. Wir haben ein neues Kfz. Das Auto hat sage und schreibe 36 Stunden bei ASG-Überleben. Sech. So, das verkauft? Ja. Unser Junker hat das wunderschön in diesem Kauf. Ich habe, ohne Witz, hey, Marlon. Ja. Ich habe, ohne Witz, schon lange nicht mal so einen schönen Toro ist gesehen. Die Konfiguration. Die Farbkombination ist unfassbar. Also, das, was die Kundin auch so... Ja. Hat übrigens eine Dame gekauft. Ja. Hat übrigens eine Dame gekauft. Also, ich habe dir gesagt, Gratulation, unfassbar. Aber das Auto ist... Hammer. Hammer. Also, wenn du solche Geschäfte machst, Auto kommt und geht. Mein Herz geht auf. Oh, ohne Witz. Oh, mein Mikro ist aus. So, und jetzt... Ja. So, und jetzt... Komm mal zu. Ja, morgen kommt Kunde für den Aventador. Nein. Doch. Ja, wir müssen es kurz hier kappen, weil das wird jetzt echt sehr, sehr laut. Ich positioniere mich mal nach draußen. Entweder meine Geheule wird sehr laut. Ja. Oder... Nee. Alles gut. Wir lassen es mal sacken. Nee, das wird zu laut. Also, bis gleich. Ja. Ja, ne geile Runde jetzt, ne? So, wir haben jetzt mal ganz spontan einen Besuch bekommen. Und zwar, die Jungs. Das ist der liebe Philipp. Hi. Und du bist da? Marc. Ja, der Marc, genau. Ich wollte Marco sagen gerade. Marco. Nee, ey, mal ganz großen Lob an uns. Hand aufs Herz. Ich hab Leute hier, ja. Vor allem, dass es so spontan geklappt hat. Wahnsinn. Also, ganz kurz eine Geschichte. Deren Chef hat bei uns einen Porsche Cayenne gekauft, ne? Ja. Aber das Auto läuft immer noch. Anscheinend. Weil die uns angerufen haben. Tatsächlich, ja. Das ist sehr, sehr gut. Aber so ein ähnliches Auto haben die gekauft, ne? So und so ein Ding. Ja. So. Und das ist auch mal so ein kleiner Alltag von uns. Absolute Prominenz hier. Merkt ihr, Harun? Immer noch 8.000 Follower auf YouTube. Ja. Was drehen wir denn heute? Also, das wird jetzt morgen ausgestrahlt. Das heißt... Genau. Heißt das Thema E-Mobilität, ne? Genau, richtig. Es geht um E-Mobilität und Gebrauchtwagenhändler. Warum die E-Autos bei den Gebrauchtwagenhändlern noch nicht wirklich angekommen sind. Was dagegen spricht, was vielleicht doch auch dafür sprechen könnte und da sind wir auf deine Meinung gespannt. Ja, ich bilde mir immer noch eine Meinung, weil meine Meinungen sind eigentlich etwas zu radikal, was das Thema angeht. Weil ich habe sehr... oder wir haben echt, ich sag mal so, schon viel Geld verloren, ne? Also du musst dir vorstellen, zum Beispiel der Taycan. Aber bei dem Taycan zum Beispiel verlieren wir sehr viel Geld gerade. Sehr, sehr viel Geld. Für wie viel habt ihr den eingekauft und wie viel Wertverlust habt ihr jetzt bisher? Wie lange steht der hier? Also, Bruttolistenpreis liegt so ein Ding ungefähr bei 130.000 Euro. Da haben wir natürlich eine gewisse Prämie mitbekommen und das ist das einzig Interessante bisher gewesen. Also, ihr habt den gekauft, damit ihr ein anderes Auto schneller bekommt. Richtig, also... Richtig, also... Genau. Woher wusste er das so? Der Hof ist schon auch, eure Meinung jetzt, schon voll, ne? Ja, definitiv. Also, im Vergleich zum letzten Mal steht er doch nochmal ein bisschen mehr, ne? Und das Coole ist ja, die Jungs wissen, wo die anderen Autos stehen und das sind auch nochmal... Ja. War doch eine Menge. Ich würde sagen, locker 40 Stück nochmal. Nein! 150 Stück. 150 Stück, ja. Auf dem Hof sind die Nummer 150. Yay! Aber die Jungs sind in Ordnung. Wir ziehen jetzt den Hackern noch mit rein. Ja. So, auf spontan. Wir zwingen ihn quasi jetzt dazu. Und dann würde ich sagen, let's go. Oh, dann machen wir das mal jetzt. Machen wir, genau. Und den Link zum Beitrag haut ihr an. Genau, den... Und dann das Video. Genau, das machen wir. Ja. Ist er irgendwie Premium Plus oder so? Müsst ihr sich anmelden? Nee, ne? Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Ja. Ja. Das war's für heute. So, wir sind mal gespannt. Also, wir haben jetzt 21.15 Uhr und mein Bruder ist dazu gekommen und die haben jetzt die Arme, ey. Die haben jetzt doppelt quasi gefilmt. Alles eins zu eins gleich sehen und die nehmen sich jetzt das raus, was passiert. Also entweder du oder dein Bruder. Entweder ich oder mein Bruder und das ist jetzt so ein Überraschungsding. Gehen wir noch was essen. So bedienen wir unsere Gäste. Perfekt. Deshalb, in dem Sinne, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Euer Harun. Sag mal tschüss. Tschau. Macht's gut. Tschüss.